ähhh Material Wie scheiß wir in das Hecht? Wider in die Hose D dysfunction Och nö bin ich dumm Ich lauf doch auf W Jetzt schiebt er das ganze Auto vor Keine gute Idee, mit den Thrastern und W Soooo So, jetzt dürfte es besser funktionieren. Aber ich habe schon gesehen, der Schmackis reicht nicht aus. Also gibt es ein Doppel-Endrohr-Duplex. Triple-X. Ähm, nein. Sah hässlich aus. Also Doppel-Endrohr hier. Eins, zwei. Eins, zwei. So. Chromifizieren. Wir tun jetzt einfach so, als ob das krumm ist. Bäm. Rußpartikelfilter. Wer braucht so einen Scheiß? Wow. Hey. Kleinen Unfall bauen hier. So, mal landen. Kleine Testfahrten. Wuhu. Weil das Nitro-Test. Oh mein Gott. Nitro-Testen hier. Wuhu. Wuhu. Oh. Aber das Ganze ist noch nicht lenkbar hier. Ah. Ah. Jetzt. Nein. Ja. Ja. Nein. Ja. Zurück auf die Straße. Ja. Nein. Oh mein Gott. Bleib stehen. Bleib stehen. Noch ein paar Druster. Na. Was für ein Lied ey. Das hat man glaube ich schon. Das will ich nicht. Lassen wir das mal. So. Kein Effekt. Kein Sound. Nach links. Und noch rechts. Oh. Wenn du mal stehen bleiben würdest. Wäre ich dir sehr verbunden. Alter. Jetzt haut der Wille ab. Nämlich verarschen. So. Rein mit dir. Wuhu. Hey. Jetzt funktioniert das Ganze ja. Und zurück auf die Straße. Nein. Die Straße. Da. Ja. Ja. Landen. Nein. Nicht shitten. Landen. Landen. Juhu. Juhu. Wuhu. Alter ist das mies. Wuhu. 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 Ah wie geil das ausschaut. Als würde ich driften halt. Und von hier oben sieht man gar nicht. Dass der schwebt. Wuhu. Let's drift. Oh mein Gott. Wuhu. Ich würde jetzt voll gern hier um die Kurve rum driften. Oh. Ich habe nicht mehr rückwärts gegangen. Wuhu. Alter ist das geil. So Leute. Let's drift. Wuhu. Oh mein Gott. Nein. Wo gehst du hin? Dreh dich um. Da langer ein Freund. Hier wird nicht beschissen. Zurück auf die Piste mit dir. Hallo. Oh jetzt. Leck mich halt am Fuß. So. Noch ein Stück. Drift Machine. Ab geht die Post. Wuhu. Oh fuck. Das war knapp. Aber das versuche ich nochmal. Es sieht zu geil aus. Wuhu. 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 Bounce. Hallo. Ähm. Hier spielt die Musik. Hallo. Water Drift King. Wuhu. Bin ich nicht genau. Geile Bremse. Alter. Das sieht ja wie Need for Speed. Aber komm. Ich brauche noch eine Bremse. So kann das nicht angehen. Ähm. Truster. Nein. Truster. Hier. Äh. Down. So. Die kommt hier und wird auch unsichtbar. Test. Ja. Noch eine. Äh. Macht einfach mein BMW. Unsichtbar der Scheiß Batzen. Material. So. So. Let's drift again. Und ich mache einfach eine Kamera da hinten dran. So. Dann könnten wir den Drift besser verfolgen. Mit Enter. Weldy, weldy. Dann stelle ich mich mal hier drauf. Übernehme die Kamera. Und wir fahren mal los. Bin ich mal gespannt, ob das was wird. Hm. Ja. So nicht. So. Ein bisschen abheben. Und ab geht die Post. Ja. So drifte ich in Need for Speed auch. Ja. Ähm. Hilfe. Würdest du dich umdrehen? Nur einmal. Bitte. Gut. Das war da wohl zu viel verlangt. Äh. Da sind wir lang gefahren. Ich glaube die Kamera ist scheiße. Dreh dich um. Und komm her. Da her. Brav. Hey. Hallo. Also mit den Hoverballs hat auch Nachteile. So. Nochmal hier die Drift Cam 2.0. Jetzt will ich es aber einen sauberen Drift sehen hier. So. Los geht die Party. Wow. Sauscheiße. Alter, ich muss das doch schaffen. Penis in den Eintopf. Dann schmeckt er viel besser. Komm jetzt. Wo willst du dich umdrehen? Du scheiß Batzen. So. Und runter. Ein bisschen hoch. Hoch. Höher. Jetzt. Perfekter Drift. Die zweite. Oh. Viel zu früh. Wir verlieren die Kontrolle. Käpt'n. Ich darf einfach kein Gas mehr geben. Und da hinten ist es zu hoch. Badauts. So. Genug gedriftet. Weg mit der Scheiße hier. Gerade eine andere lustige Idee. Was steht denn da? Ach so, wer den Map gemacht hat. Cool. Cool. Cool, 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 cool. Ja, ja. Ist gut. So. Wer bist du, du hässliches Viech? So eine Wasserzelle da oder was? Friss. Friss. Friss Windrad. Friss Windrad. Du Hure. Ja. Jetzt. Friss Windrad. Bitch. Bitch slap. Bitch slap. In your face. Die ist deine Mutter. Rette dich doch selber, du Schlampe. Da kommt mir eine verdammt gute Idee, hoffe ich. Dazu positionieren wir uns hier und bauen uns auch sowas. Dazu nehmen wir nein, obwohl. Ne, nehmen wir gleich so was langes. Was langes. Genau. Easy werden das Ganze wieder auf den Boden. So, hier hin. Passt. Dann brauche ich. Ja, genau. Jetzt habe ich endlich mal eine Verwendung für so einen Quatsch hier. Äh, wie? Oh ja. Das ist doch wieder viel gemacht. So, das machen wir mal hier hin. Passt. So, da machen wir jetzt. Nein. Nein. Ich will einfach nur so ein dünnes, langes Stäbchen. Höhöhöh. Das ist, glaube ich, zu schwer. Ja, dann suchen wir uns halt woanders, was. Hier, dieser Stab hier dürfte doch ziemlich leicht sein. Welby, bumbleby. Und dran. So, Test. Ähm. Nein. So, jetzt gemacht. Hep. Dreh dich. Dreh dich mehr. Jawoll. Und jetzt machen wir hier. Ähm. Nimm, 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 nimm. Das sieht doch verdammt gut aus. Hey. Ah, scheiße. Jetzt stört die dann wahrscheinlich. Ja, ich muss die... Ah, ficken. Nicht, ich muss die ficken. Nein. Ich muss die woanders hin klatschen. Mensch, was für Wörter ich zambau. Tut mir echt leid. Ich will die wirklich nicht ficken. Nee, nee. So. Hey. Easy man. Jetzt, wichsscheiße, ihr verdammte. Bam. So. Kleiner Test. Uh, yeah. Da reicht mir die Power aber noch nicht. Da muss noch ein Truster dran, meine verehrten Zuschauer. Was heißt einer? Ein paar. Wir brauchen richtig Schmackes. Oh, ja. Auf die Fresse, Alter. Da steckt Saft drin. Das Ganze möchte ich mal testen. Das sieht doch ganz gut aus. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Funktioniert super. Fuck. War ich das hingebaut? Da. Auf die Fresse, ich fick dich in den Arsch, du kleiner Stricher. Ich baue hier Scheiße und bring mich damit um. Was passiert, wenn ich jetzt da springe? Okay, dasselbe. Ähm. 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 Ja. Äh. Da hinten. Wuuu. Ah, yeah. Ich brauche aber... Ja, das ist scheiße, dass der so... Wie mache ich denn das? Da müsste ich halt echt eine Blockade hinklatschen, dass der dann auch so hält in der Position. Weil es soll ja wieder eine Art Katapult werden. Oder was heißt das in der Art? Es soll ja Katapult werden. Ähm. Jetzt geht er dran vorbei, oder was? Ach, Leute. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Moment, dann habe ich noch eine andere Idee. Schwing. Ja, so, komm. Können wir... Ne, können wir nicht lassen. Noch ein bisschen mehr. So, passt. Mach ich da jetzt einfach noch so ein Teil dran. So ein Tetris-Block. Auf die Fresse. Burensohn. La la la. La la la. Fleisch, Weitsche. Oh, yeah. Huah. Oh, mein Gott. Huah. Huah. Okay, irgendwie führt's da... Führt das zu Komplikationen. Da melde ich einfach noch mehr. Oh, Headset piepst. Ich muss, äh, anstecken.